Hallo, ich bin Stefan von der Elektrorad und ich habe euch heute ein extrem spannendes Urbanbike mitgebracht. Das Stork Name 2. Das Stork zeichnet sich vor allem durch sein Gewicht aus, denn es wiegt gerade einmal 15 kg. Wir haben hier ein E-Bike mit 24 Zoll Rädern und einer kompletten Carbon-Ausstattung. Was uns am Stork auffällt, ist vor allem die progressive Optik. Mich erinnert es mit 24 Zoll Rädern und dem steil abfallenden Oberrohr fast an ein klassisches BMX-Rad. Das Name 2 will in der Stadt gefahren werden, das zeigt es ganz klar. Es ist extrem wendig, damit kommt man wirklich um jede Ecke. Was dazu kommt, ist der kompakte und sehr leichte Fatsua-Motor, der wirklich super unterstützt, vor allem wenn es mal um den schnellen Antritt an der Ampel oder hinauf in die Altstadt geht. Klar ist, hier sitzt man sehr sportlich. Das führt natürlich auch zu den wenigen Kritikpunkten, die wir haben. Wir haben nämlich hier so gut wie keine Komfort-Elemente. Wir haben eine Starrgabel, wir haben keine Spritzschützer und auch keinen Gepäckträger. Wenn man das Rad mal abstellen möchte, fehlt auch der Ständer. Allerdings, ganz wichtig, das gibt es alles im Zubehör. Was wir beim Fatsua-Motor natürlich nicht haben, ist ein klassisches E-Bike-Display. Das bedeutet, wir haben keine Kilometer-Stände und auch die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt. Der Akkustand und die Unterstützungsstufe werden an der kleinen Bedieneinheit am Oberrohr angezeigt. Das Rad hat eine XT-Vollausstattung, das heißt, wir haben eine 1,12er Gangschaltung und Shimano XT-Scheibenbremsen mit 160 mm Scheiben, was für das 15 kg Rad vollkommen ausreichend ist. Die Carbon-Vollausstattung habe ich schon angesprochen. Das beinhaltet auch diese schicken Dreispeichen-Carbon-Laufräder. Zumindest ein bisschen Komfort bringen die Schwalbe Big Ben Ballonreifen. Das Stalk Name 2 ist genauso kompromisslos wie unsere Testkriterien. Deshalb kommen wir nach Abzug der Komfortpunkte und der Alltagstauglichkeit auf insgesamt 88 Punkte. Das bedeutet die Gesamtnote gut. Die Fahrleistungen des Rads haben mich aber extrem begeistert. Die Spaßmaschine gibt es für 4.599 Euro, so wie sie hier steht. Zubehör kann man dazu kaufen. Das war's für euch heute. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war's für euch heute.